Erst vor einer Woche sind wir hierher gekommen, um den Professor zu besuchen. Und wenn es an dem Tag nicht geregnet hätte, wäre das alles nicht passiert. Bitte erzähl uns von Aslan. Es ist eine Botschaft gesandt worden, dass ihr ihn morgen treffen werdet, und zwar ans Teintisch. Willkommen, Peter, Sohn Adams. Ich werde dir ein Schloss zeigen, das weit entfernt von dir liegt. Dies, mein Junge, ist Kehrparallel. Das Schloss der Vier Trohle. Auf einem davon wirst du als der König sitzen. Glaubst du vielleicht, dein Meister könnte so ohne weiteres, nur weil er stark ist, meine Rechte schmälern? Er weiß, dass man mir nicht verweigern darf, was mir das Gesetz zuspricht. Sonst wird ganz Narnia umkommen in Feuersbrunst und Wasserfluten. Sonst wird ganz Narnia umkommen in Feuersbrunst und Wasserfluten schmälern. Untertitelung des ZDF, 2020